Wie ihr meint. Auf der Suche nach dem Kram des Königs begebe ich mich nun auf unsichere Pfade. Wo geht das denn hier hin? Säcke. Feuerpfeile. Ich werde es tun. Ein Langschwert! Stan! Altes Scheißhaus. Du brauchst doch bestimmt eins. Ein Langschwert. Guck mal, jetzt kannst du dich sogar verteidigen. Hier ist aber leider sonst nix. Oder? Täusche ich mich. Nö, hier ist nix. Ich glaube, wir gehen da unten rechts nochmal in die Ecke. Ich laufe jetzt hier die Ränder ab. Schön klassisch. Wenn man nicht mal weiter weiß, die Grenzen der Karte einfach ablaufen. Irgendwann findet man ein getriggertes Event. Da oben sind Treppenstufen. Das scheint mir doch richtig zu sein. Was haben wir denn hier? König Cailens Zelt. Ich hab doch den Schlüssel. Cailens Schlüssel. Wartet mal. Tagebuch. Wie war nochmal Tagebuch öffnen? J. Journal, ja. Premium-Inhalte? Rückkehr nach Ostagar, ja. Finde die Dokumenten des Königs. Finde vier weitere Gegenstände. Ja, ich hab hier was. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Aber ich komm da nicht rein. Oh gut, gehen wir mal hier hin. Oh, mein kleiner Genlock. Du bist jetzt erstmal gestahnt. Und dann klatschen wir dich weg. Ich hab gehört. Du heilst die Runde. Dann sind sie wieder ein paar Gälder. Das ist juckt nicht. Die sind voll lasch. So, hier haben wir noch ne Holzkiste. Irgendwo wird er noch vom König was drin sein. Irgendwie muss ich Stan doch equippen. Stan, du bist ein nutzloser auf den Dreck, ey. Ich hätte dich in dem Käfig lassen sollen. Ganz im Ernst. Ich werde es tun. Ich werde es auch tun. So. Also es gibt Dinge, die bereut man im Leben. Stan kritisiert alles an mir. Achso, Elrics versteckter Schlüssel. Ah. Stimmt, da war was. Es dämmert mir grau. Wie ein Wächter. Haha. Boom. Schlechte Reime bringen mich nach vorne. Ähm. Irgendwie muss man da doch hinkommen. Alter, das ist ein schlechter Scherz. Schlecht gescriptetes Texturchen. Das ist richtig lächerlich, dass ich da nicht durch kann. Muss ich eben hinten rum. Seht nur. Dunkle Boot. Seht nur. Wir sollten die Leichen durchsuchen. Ich habe dort hinten etwas gesehen, was möglicherweise einst Caelan gehörte. Ja, wie komme ich da hin? Wo rennt ihr lang? Ja, die rennen außen rum. Man kommt da noch hin. Irgendwie. Da ganz außen rum kann man rein. Wunderbar. Blasch, du weg mal. Achtung auf den Damage, den Valiant hier zu machen. Wenn er drüben. So, mein Freund. Du kümmerst dich um das Alpha-Tier. Ich möchte, dass du das ausschaltest für einen Moment. Sehr schön. Hallo, greif an. Macht ihr mal, ich kümmere mich um. Ist das eine eingefrorene Leiche? Sieht cool aus. Also. Elrics versteckter Schlüssel. Ganz ehrlich, wenn ich irgendwie General wäre von einer dunklen Brut oder so und irgendwas im Kopf hätte. Ich würde doch in Osthager alles auf den Kopf stellen. Da war der König gelagert. Der muss doch allmöglichen krassen Scheiß haben. Wie kann man so blöd sein? Aber gut. Was deren Pech ist, ist unser Glück, würde ich mal meinen. Und dementsprechend öffnen wir mal Gale. Ich hätte die Truhe auf jeden Fall mitgenommen. Malricks Klinge. Es ist also wahr. Er hatte die Orlé davon überzeugt, gemeinsam gegen die dunkle Brut zu kämpfen. Kaiserin Selene hat lediglich noch auf seine Antwort gewartet. Eine Antwort, die niemals kam und auch niemals kommen wird. Dank Loghains Verrat. Niemals ist eine sehr lange Zeit, Alistar. Geduldet euch und lasst kühlere Köpfe agieren. Eines Tages wird es Frieden zwischen uns geben. Ich hoffe, ihr lebt lange genug, um das noch mitzuerleben, Win. Und ich hoffe, die dunkle Brut tut das nicht. Tja. So, ich habe aber Malricks Klinge gesehen. Langschwert, Haupthand. Neun. Boah, krass. Rüstungsdurchdringung, krass. Gesundheitsdreck im Kampf. Schwächt dunkle Brut in der Nähe. Ausdauerreck, krass. Und Schaden gegen Dunkelbrut. 1,5 Rüstungsdurchdringung noch dazu. Ich finde Malricks Klinge, ehrlich gesagt, besser. Boah, die sieht doch geiler aus. So, dann geben wir mal Alistar den Schwurbewahrer, wenn er heftiger ist. Und oh ja, das ist er. Und der hat die erhaltenen Heileffekte auch besser gebraucht. So. Und dann in absteigender Priorität. Mal gucken. Ne, sein Langschwert ist tatsächlich besser. Schön. Noch ein bisschen Damage rausgeholt aus der ganzen Kacke. Wunderbar. So, dann rennen wir hier mal durch. Da unten konnte man glaube ich noch irgendwo hin, aber ich will erstmal über die Brücke. Da ist unser König. Da ist unser König. Aber ein König, der sich nicht zu schade war, mit seinen Männern Seite an Seite zu kämpfen. Das sieht mir aus wie ein Anschluss. Das sieht mir aus wie ein Anschluss. Okay, mein Freund. Fuck it. Oh, Milo. Alter, das sind viel zu viele. Der Magier muss weg. Leni, du musst dich um den... What the... Der Magier muss weg. Leni... Der Affe muss weg. wunderbar ich glaube die Seite haben wir gecleared oder ja da ist noch ein Hörlock jetzt kommt Alistar auch und dann kriegt er auch die Agro und dann ist auch alles gut der scheiß Magier ist weg, das ist wichtig du musst hier weg mann vergeb, vergebt uns mein König sobald wir die dunkle Brut aus ihren Löchern gejagt und uns etwas Zeit erkauft haben und übergeben euch dem Erbau na Halleluja ich darf erstmal also sämtliche Hörlocks und Genlocks hier weg machen soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? das war ein Fehler von ihm alleine vorzunehmen kackt ihn der Lister geht aber richtig dran das einzige was man Stand zugute halten muss ist der zieht ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich der Lister heil das team meine fresse denn es mir egal aber ich sehe ich brauche ihn niemand legt hand an meine freunde das tue ich alter stan warum bist du so nutzlos ich glaube es wird zeit für mörder so du gibst jetzt erstmal balian die power dann heilst du seinen freund alistair und gibst ihm noch ein bisschen weg dann gebe ich ihm noch ein bisschen heilung ich gebe ich ihm noch mal ein bisschen heilung mit auf weg alle hier kassierte recht weil das so viele balian den gänloch dahinten werde ich jetzt versuchen auszuschalten wir sind so versprengt die appen da Stratege dann den mongow da ist denn auch schon wieder mister useless useless wir haben ein problem hier unten ist aber nicht mehr viel wie ihr meint so wir lassen lenny lässt balian mal laufen warum lassen die sowas liegen die hörlöcks mann so schön hammer sind da und noch irgendwelche leute irgend nicht getötet mit einem wald wir sind hier da ist noch was anscheinend nicht scheinbar sondern anscheinend hatte der stratege kailens handschuhe schauen wir doch mal ob ich damit vielleicht was anfangen kann nee habe ich nicht genug für stärke auch wenn die ziemlich hart sind alistar bringen sie vermutlich nicht viel weil die blutrachen dinge so mörder sind aber stand kann ich die geben der kriegt nach und nach die königsrüstung so wo geht es als nächstes hin tunnel der dunklen brut denn du 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 das 今天 ich ich tunnel graben diese affen es nervt soll ich euch einen stuhl holen damit ihr mir nicht länger im nacken sitzen müsst auf dauer nervt es wirklich dass die dunkle brut immer tunnel graben muss warum können die nicht über land laufen oder war das die stelle wo die dunkle brut durch gedrungen ist das kann natürlich auch sein die haben sich ja durch so eine durch so eine falle da so durchgemobst durch geschwurbelt ich sehe noch genloks der mongo der vor mir weggelaufen ich habe ihn nicht vergessen so wunderbar dieser scheiß mage da hinten ist weg balian hau ihn weg alter knallt der rein alter knallt der rein alter knallt der rein wir nehmen ihn noch wieder binnen ich war's just stand alter knüppeln die rein hallo julius ab jetzt haben wir krass wie gerade reingehauen haben aber dieser anführer dieser genlock führer den ich da eben gesehen habe nicht diese hörlock da war ein so ein genlock dabei den würde ich noch gerne erwischen warum das spiel auch jetzt gerade gestanden hat ich weiß es nicht so dahinten sind noch ein paar mongos balian geht wie immer derbe ab der general muss weg den stand du heizt dich erst mal selber gibt es dir mal ich glaube dann haust du mal die rechnung dann heizt unser der braucht wir hinten mal vom turm Wunderbärchen. Bedrohst du eigentlich noch, Alistair? Sehr schön. Ich habe zwei die Agro ziehen. Leider nicht genug bei dem Damage, den die machen hier, meine Jungen. So, der Hauptkampf ist aber gewonnen, weil der General ist weg. Das ist das Wichtige. Wir geben einfach mal ihm da oben noch ein bisschen weg. Die Heilung hebe ich mir nämlich für Winner, auch weil die gerade so der Agro zieht von zwei Hörlern. Die sich jetzt auch noch weggibt. Einmal Heilung auf dich selbst, Stan ist unwichtig. Alistair zieht schon mal die Agro, hervorragend. Ich mag Alistair. Das ist ein sehr guter Tank. So bräuchte ich noch einen, Freunde. Stan kann das halt nicht ganz bringen. Stan ist halt mehr so Rehenswerke, wenn ihr euch das so hinterfragt habt. Ich bräuchte noch so eine Alistair. So. So. Wunderbar. Kalins Brustpanzer. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Den kann ich leider nicht anlügen. Oder? 36 Stärke, Mann. Ich hab zwei zu wenig. Schöpfung. Geringer. Gesundheitsreck im Kampf. Zwei Rüstung. Ja, den geben wir mal ihm auf jeden Fall nicht, weil meine ist besser. Aber Stan kann die, glaube ich, brauchen. Oder? Hm. Ach, trag die mal. Stan sieht aus wie der König. Das ist, glaube ich, am schönsten. Da bin ich mal optisch, hab ich mich mal entschieden. Ausnahmsweise. Haben wir hier noch mehr? Ja, dieser Mongo ist in den Turm geflüchtet. Der Genlock-Führer. Ich glaube, der hat den Helm, ne? Der hat den Helm von König. Kann das angehen? Der Turm von Ishal. Endlich wieder. Long time no see. Okay. Sera, sera. What, what? Die sehen aber nett aus. Ich glaube, die sehen wir beim nächsten Mal. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.